Willkommen zu diesem neuen Video bei Meet & Great. Wir erklären heute ein für alle Mal, mit welchem Tool ich meine Messer selber scharf halten kann oder, wenn ich das nicht kann, welchen Messerschleif-Service ich nutzen kann, damit meine Messer schärfer werden, als sie in ihrer Ausgangsschärfe, als ich sie gekauft habe, waren. All das und noch viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Los geht's! Kurzer Disclaimer vorab. Jedes Messer, egal welches Messer, muss mit der Zeit geschliffen werden. Es kann noch so teuer sein, noch so gut sein. Ein Messer nutzt sich immer ab. Selbst wenn ihr nur eine Tomatenscheibe damit schneiden wollt, dann nutzt dieses Messer während dieses Schneidprozesses schon ab. Wenn ihr dann eine Unterlage habt und das Messer berührt die Unterlage, ist diese meistens noch viel härter als das Schnittgut und dann nutzt ein Messer noch mehr ab. Wie schnell ein Messer abnutzt, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Vom Stahl, von der Verarbeitung des Stahls und auch vom Schleifwinkel und der Messerklingenstärke an sich. In diesem Video werden wir grundsätzlich für Messer das Schärfen erklären und schauen, welche Methode vielleicht die beste ist. Egal welches Messer ihr benutzt, sei das, wie hier in diesem Fall, ein Dreilagenstahl oder sei es sogar ein Damaststahl. Wir haben jetzt hier einen sogenannten Damastlaminat. Das ist nicht gelasert, sondern wir haben einen Kernstahl aus einem japanischen VG10. Das ist so die klassischste Art von Damaststahl, die man aktuell kaufen kann. Oder auch ein Volldamast. Hier haben wir beispielsweise ein Volldamastmesser, wo wir wirklich zwei verschiedene Stähle bis in die Klinge, bis in die Schneide vorne hinein verarbeitet haben. Und da haben wir vom Schnittbild mit der Zeit der Abnutzung ein nicht mehr ganz so glattes Schleifbild, weil einfach der eine Stahl etwas härter, der andere etwas weicher ist und so nutzt es sich ungleichmäßiger ab. Aber auch das können wir mit all diesen Methoden schleifen. Ob das am Ende besser oder schlechter wird, das werden wir im Laufe des Videos testen. Was wir zur Vergleichbarkeit allerdings auf jeden Fall beachten müssen jetzt beim Schleifen ist der Schleifwinkel an sich. Und wenn man es ganz genau nimmt, dann müssen wir eigentlich auch die Stärke der Warte eines Messers beachten. Das ist jetzt ein bisschen fachchinesisch, aber die Warte des Messers ist nichts anderes, als kurz vor dem Schleifwinkel des Messers selber die Dicke der Klinge. Und je nachdem, wie dick die dort ist, desto unterschiedlicher sollte der Schleifwinkel sein, damit wir nachher ein schön smoothes Schnittbild haben. Weil, wenn jetzt die Warte sehr dick ist und wir machen dann einen sehr, sehr flachen Schleifwinkel da dran, ist das Messer trotzdem sehr stumpf. Wir müssen ihn trotzdem ein bisschen steiler machen. Wenn wir ihn aber zu steil machen, dann schleifen wir das Messer bis hin zum Messerrücken hier hoch, damit wir überhaupt den Schleifwinkel da rein kriegen. Und das können wir zu Hause kaum beachten, weil die meisten Geräte irgendwo zwischen 8 und 20 Grad Schleifwinkel sich befinden. Und einen anderen Schleifwinkel können wir nicht einstellen, beziehungsweise wir sind auch in dieser Range irgendwo eingeschränkt. Da gehen wir nachher noch näher drauf ein. Wenn ihr es aber perfekt machen wollt, sage ich direkt vorab, kommt ihr um einen professionellen Messerschleif-Service nicht drumherum. Und wir wären nicht meet and great, wenn wir euch nicht diesen professionellen Messerschleif-Service in höchster Qualität und ich übertreibe keinen Funken anbieten könnten. Das klären wir aber noch im Laufe des Videos. Erstmal kümmern wir uns um unsere Testkandidaten. An Messerschleifern gibt es verschiedene Techniken. Wir haben hier von Zwilling zum Beispiel einen, wo wir unser Messer durchziehen können. Genauso hier wie von DMT auch. Das sind somit die beliebtesten. Dann haben wir hier einen ganz, ganz günstigen vom großen Amazonas, wo ich auch mein Messer durchziehen kann. Müssen wir mal schauen, wie gut das funktioniert. Und dann auch hier, ihr merkt, ich bin so ein bisschen kritischer zu manchen eingestellt, weil natürlich habe ich in meinem Leben auch das ein oder andere schon verwendet und auch das ein oder andere Messer damit schon kaputt gemacht. Und deswegen will ich heute mal schauen, wie die sich wirklich so gegeneinander schlagen. Wir haben hier jetzt auch einen zum Durchziehen. Der ist von der Technik so ein bisschen anders aufgebaut. Müssen wir auch schauen, wie das funktioniert. Dann haben wir ein sehr spezielles Produkt, nämlich den Haul als Rollschleifer. Da gibt es nicht viele Alternativen zu. Ich habe mal eine auch getestet, wo ich überlegt habe, ah, die ist preislich irgendwie attraktiver. Als ich sie getestet habe, habe ich aber gemerkt, nee, sie ist kein wirklicher Ersatz für den Haul. Der Haul ist doch mit Abstand das bessere Produkt. Und wenn ich überlege, wie lange das hält, dann ist das meines Erachtens der einzige Rollschleifer, der in Frage kommt. Liegt auch so ein bisschen an der Marketingstrategie von Haul, weil die sehr, sehr vehement auf ihr Patent pochen. Und deswegen viele andere Hersteller es schwer haben, hier ein Alternativprodukt auf den Markt zu bringen. Ja, nichtsdestotrotz berechtigt das dieses Produkt im Markt irgendwo. Und dann haben wir noch einen elektrischen Messerschleifer. Da muss ich wenig selber machen. Und vielleicht ist das ja die bessere Alternative, auch wenn es natürlich mit Abstand der teuerste unter diesen Produkten ist, die wir hier heute testen. Und der Messerschleif-Service, den ich euch nachher noch vorstelle, der übrigens in der letzten wasserkraftbetriebenen Messermanufaktur Deutschlands, und zwar in der Messerhauptstadt schlechthin in Solingen, stattfindet und dort von einem privaten Messerschleifer durchgeführt wird, der kostet pro Messer deutlich weniger als jedes dieser Gadgets hier. Aber natürlich zahle ich pro Schliff. Das bedeutet, wenn ich das Ganze 10, 20, 30 Mal mache, dann lohnt sich eins dieser Gadgets hier auf jeden Fall. Und vielleicht ist ja eins oder mehrere auch davon eine wirkliche Alternative zu diesem Schleif-Service. Kommen wir jetzt zu den Testbedingungen. Wir werden hier mit diesem Schaumstoff testen, wie scharf die Klinge ist. Das ist tatsächlich eine offizielle Testmethode, die in vielen Messermanufakturen stattfindet, um zu schauen, wie scharf ein Messer ist. Nicht nur vom finalen Schliff, sondern eben auch in Verbindung mit der Dicke der Warte. Wie smooth gleitet das Messer nachher durch den Schaumstoff durch? Das werden wir testen. Das ist so ein bisschen Gefühlssache. Ihr seht es aber auch auf der Kamera. Ich werde es euch beschreiben. Und dann können wir gemeinsam uns ein Bild bilden, was nachher wirklich eine gute Methode war. Dazu werden wir zuerst einmal die finale Schärfe eines Messers testen. Das heißt, aus der Verpackung heraus, wie scharf ist es, dann werden wir es stumpf machen, beziehungsweise gebrauchte Messer nutzen, werden die jeweils mit diesen Methoden hier schärfen und danach schauen, wie scharf sind die geworden. Und auch wenn ich in puncto Messer mittlerweile sehr, sehr viel Expertise besitze, weil wir selber Messer entwickelt haben, herstellen, haben herstellen lassen und so weiter, bin ich, was Messerschleifen angeht, doch ein ziemlicher Laie. Das heißt, wenn ich das mit den Produkten hinkriege, kriegt ihr das ganz sicher auch hin. Also schauen wir zuerst mal, wie ein Messer sich verhält, wenn es wirklich scharf ist, wenn wir damit den Schaumstoff schneiden. Dafür nehme ich jetzt hier ein Messer, was fast neu aus der Verpackung kommt. Es wurde zwei, dreimal benutzt und ansonsten hat es aber noch seine finale Schärfe. Und damit werden wir jetzt einmal hier beim Schaumstoff ein paar Teile abschneiden und gucken, wie tief gleitet es durch den Schaumstoff durch, durchschneidet es den Schaumstoff komplett, wirklich nur mit seinem eigenen Druck können wir da durchgleiten, schneidet es ihn komplett ab, können wir den möglichst dünn abschneiden oder zerdrücken wir den Schaumstoff. Und all das könnt ihr jetzt auch auf der Kamera mitverfolgen und jetzt schneiden wir einfach mal hier durch und dann sehen wir, dass das doch wirklich bis unten hin gut schneidet. Hin und wieder bleibt unten so eine klitzekleine Ecke vom Schaumstoff noch hängen, aber das kommt auch so ein bisschen auf den Schnittwinkel an. Und da muss ich sagen, das ist schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Ich weiß aber auch, das Messer wurde schon benutzt und die finale Schärfe ist noch ein Hauch schärfer, aber wenn wir es schaffen, mit diesen Produkten diese Schärfe, die dieses Messer jetzt aktuell hat, wieder herzustellen, dann ist das schon sehr, sehr gut. Denn zum normalen Schneiden würden wir da schon sagen, oh, dieses Messer ist rasiermesser scharf. Ich habe dazu entschieden, eventuell bereue ich es, mal zu gucken, ob ich mich mit dem Messer wirklich rasieren kann. Oh ja, kann ich. Als nächstes schnappen wir uns jetzt ein Messer, was schon ein bisschen länger in Gebrauch ist und ihr seht, die Messer, die berühren sich hier auch gegenseitig. Normalerweise bin ich da sehr pingelig, aber das sind schon sehr gut genutzte Messer. Deswegen schauen wir jetzt mal, wie stumpf oder immer noch scharf diese Messer jetzt einmal sind, bevor wir sie bearbeiten. Oh ja, da erkennt man doch einen deutlichen Unterschied. Ja, da geht fast gar nichts. Das ist wirklich, da erkennt man jetzt auch, wie scharf das Messer eben war. Deswegen benutzt man Schaumstoff. Dieses Messer ist eindeutig stumpf. Dabei fühlt es sich gar nicht mal so stumpf an. Dann schneiden wir einfach mal mit dem stumpfen Messer eine Zitrone. Da muss ich sagen, so schlecht schneidet das gar nicht. Dafür, dass es wirklich jetzt im Test so stumpf war, daran merkt man, wie gut dieser Test ist mit diesem Schaumstoff. Aber klar, wenn ich jetzt nur drücken würde, ja doch auch, wenn ich nur drücke, es geht eigentlich. Naja, trotzdem stumpf, deutlich stumpfer als gerade. Also, das Messer ist stumpf, aber noch nicht stumpf genug. Und noch eine wichtige Sache für euch als Messerbesitzer. Ganz wichtig, wenn ihr was Saures geschnitten habt oder generell halt Lebensmittel geschnitten habt, die Säure enthalten, macht eure Messer danach wieder sauber. Auch ein nicht rostendes Messer ist ein rostendes Messer, denn es gibt keinen Messerstahl, der wirklich nicht korrodieren kann. Und gerade so kleine Punktkorrosion kann auf so einem Messerstahl gerne mal entstehen, wenn man das jetzt mit Zitronensäure einfach liegen lässt. Oder wenn man es auch nach dem Saubermachen einfach in Feuchtigkeit liegen lässt. Deswegen immer gut abtrocknen und Messer trocken und geschützt lagern. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt machen wir dieses Messer noch ein bisschen stumpfer. Und zwar habe ich hier eine Metallarbeitsoberfläche und da werde ich jetzt einfach mal ein bisschen drauf schneiden. Das simuliert einfach, als würde man auf einer sehr harten Oberfläche sehr häufig irgendwas geschnitten haben. Und das tut jetzt so ein bisschen weh, aber alles für die Wissenschaft, ne? Ich glaube, wir müssen Disclaimer einbauen, somit auf keinen Fall zu Hause nachmachen, weil das tut echt im Herzen weh. Wir räumen jetzt mal hier die Fläche frei und dann fangen wir mit dem günstigsten Gadget an und werden das einfach mal testen. Ich verlinke euch natürlich all diese Produkte hier unten in der Videobeschreibung. Schreibe euch allerdings nicht dazu, welches jetzt gut ist und nicht, weil ihr solltet ja das Video bis zum Ende schauen. Deswegen schaut das Video bis zum Ende und kauft nicht einfach irgendwas davon, weil noch kann ich euch wirklich nicht sagen, welches davon überhaupt empfehlenswert ist. Jetzt haben wir hier zwei Messerschleifer zum Durchziehen, wo ich sagen muss, ich habe eben das hier gezeigt, als das günstigste ist es natürlich nicht. Das hier ist das günstigste und das hier wäre die etwas hochwertigere, vielleicht hochwertigere, auf jeden Fall kostenintensivere Alternative. Und da werden wir jetzt mal schauen, wie die beiden sich schlagen. Deswegen direkt auch nochmal ein zweites Messer im Test. Dieses Messer haben wir gerade hier über die Edelstahloberfläche gezogen. Und dieses Messer hier, das schauen wir jetzt einmal, wie scharf das final auch ist. Da sehen wir, das ist genauso stumpf. Und auch das werden wir jetzt einmal schön hier, schön ist was anderes, aber über die Edelstahloberfläche ziehen. Das Video muss ab 18 sein, glaube ich. Ja, das kann man vergessen. Bei dem günstigen von Amazon haben wir 1, 2, 3. Wahrscheinlich bedeutet das zuerst durch die 1, dann durch die 2, dann durch die 3. Bei dem anderen haben wir es ein bisschen andersrum aufgebaut. Ob das auch andersrum gemacht werden soll, da muss ich mir auch kurz die Anleitung durchlesen. Wobei, hier ist keine dabei, doch auf der Rückseite. Stufe 1. Stufe 1 ist Wolfram-Kabit. Grob, diese Stufe schabt regelrecht Metallspäne von ihrem Messer ab. Okay, 3-4 Mal leicht durchziehen, danach Diamantstäbe. Mit dieser Stufe wird das Messer grob geschliffen, mehrmaliges, leichtes durchziehen. 8-10 Mal ist empfohlen. Und dann die Keramikstäbe fein, diese Stufe ist für den Feinschliff verantwortlich. Okay, dann machen wir das mit beiden Varianten gleich. Auch wenn das bei dem Amazonas-Produkt andersrum läuft. Aber das hier macht auf jeden Fall Sinn. Erst ganz grob, dann nicht ganz so grob und dann der Feinschliff. Warum erst nicht ganz so grob, dann grober und dann Feinschliff, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Starten wir. Wir haben jetzt beide genau gleich verwendet. Und was natürlich auffällt ist jetzt, und das werdet ihr für eure Messer zu Hause dann genauso haben, Es gibt einen fest definierten Schleifwinkel von 15 Grad. 15 Grad haben viele Messer, Küchenmesser, aber nicht alle. Wenn ihr ein Messer habt, was anders geschliffen ist, dann wird dieses paar Mal durchziehen nicht reichen, weil ihr nicht einfach nur denselben Schleifwinkel nachschleifen müsst, sondern eine komplett neue Phase an euer Messer ranbringen müsst. Und dafür werdet ihr schon einige Minuten, wenn nicht sogar eine ganze Stunde brauchen, mit diesen Teilen. Das wäre jetzt so meine Einschätzung. Wir haben allerdings hier ein Messer mit einem 15 Grad Schleifwinkel. Handgeschliffen bedeutet 14,6, 15,3, so um den Dreh liegt der Winkel. Und auch hier, diese 15 Grad sind natürlich immer mit ein bisschen Spiel. Und ich glaube, je günstiger, desto größer ist der Spielraum, den man sich da lässt. Ich habe jetzt hier das Messer, was mit dem teureren Gerät geschliffen ist. Wir fangen mal mit dem günstigeren an und schauen mal, ob das jetzt überhaupt eine Chance hat, durch diesen Schaumstoff hier durchzukommen. Also das war bei weitem noch kein gutes Ergebnis. Auf jeden Fall ein Ticken besser als gerade, aber weit entfernt von Rasiermesser scharf. Vielleicht für die Anwendung in der Küche schon wieder gerade so zu gebrauchen. Muss aber sagen, wir werden es gleich noch ein paar Mal mit ein paar Durchläufen machen und uns dann nochmal anschauen, weil so ist es erstmal nicht empfehlenswert. Jetzt schauen wir uns einmal an, was dieses Messer kann, was mit dem teureren Produkt geschliffen wurde und schauen, ob das vielleicht ein bisschen schärfer ist. Kann ich euch direkt sagen, das sieht sehr, sehr ähnlich aus. Wenn nicht sogar ein Ticken schlechter. Eher sogar ein Ticken schlechter. Ne. Das ist immer noch nichts. So, einmal im Zeitraffer, alle ganz, ganz, ganz oft da durchziehen und schauen, ob das irgendwie noch was wird. Wir haben jetzt den Prozess insgesamt dreimal wiederholt und jetzt haben wir langsam ein Ergebnis, wo ich sagen kann, wir können den Schaumstoff schneiden. Also wirklich gut ist es immer noch nicht, aber es ist ein Ergebnis, womit man auf jeden Fall in der Küche gut schneiden sollte. Ich glaube, ich nehme nochmal eine Zitrone zur Hand und zeige euch das. So schlecht es beim Schaumstoff noch aussah, so gut hat das mit einer Zitrone funktioniert. Also rein vom Schnittgefühl sind das jetzt wieder scharfe Messer. Mein Fazit wäre also, wenn ihr nicht allzu teure Messer habt und ihr habt keinen allzu hohen Anspruch an die Schärfe eures Messers, sondern wollt ein Werkzeug in der Küche haben, was ihr hin und wieder mal so ein bisschen nachschleift und vielleicht ist auch euch die Optik der Messerschneide vorne nicht ganz so wichtig, dann könnt ihr euch solche Produkte holen. Und ganz ehrlich, holt euch nicht das teurere von den beiden, sondern das günstigere. Weil beide haben denselben Job erledigt. Testen wir als nächstes diese beiden Produkte hier. Dazu machen wir zunächst wieder unsere Messer stumpf, dass die wirklich den Schaumstoff gar nicht mehr schneiden. Und dann schauen wir auch hier mit der Anleitung, was wir da für ein Ergebnis rauskriegen. Das können wir wieder vergessen. Die sind stumpf. Jetzt wird es schon deutlich komplexer, wobei der hier noch relativ simpel ist. Wenn wir das hier eingespannt haben, dann ist nur wichtig, dass wir das Teil hier festhalten und dass wir unser Messer hier einmal mit einer Linksdrehung in diese Richtung ziehen und mit einer Rechtsdrehung in diese Richtung ziehen. Ich hoffe, dass ich das richtig mache. Zumindest steht es so in der Anleitung drin. Das ist auch eine, vielleicht nicht ganz so gut aus dem Chinesischen übersetzte Anleitung. Und dann haben wir hier das zweite Produkt von Zwilling und hier haben wir noch viel mehr Möglichkeiten. Wir haben zwei verschiedene Körnungen. Einmal etwas grober, einmal etwas feiner. Und wir haben zwei unterschiedliche Einstellungen. Die nennen das deutsche Messerschliff und japanischer Messerschliff. Letztendlich wird das mit dem Schleifwinkel zu tun haben. Den deutschen Schliff als 15 Grad, den japanischen als 10 Grad Schleifwinkel. Und das sind dann diese Adapter hier. Wir packen mal die 10 Grad weg, machen es mit den 15 Grad. Was cool ist, dass wir hier wenigstens schon mal zwei verschiedene Winkel einstellen können. Auch wenn die Möglichkeiten jetzt nicht vielfältig sind, aber immerhin zwei Möglichkeiten. Dann würde ich sagen, ziehen wir jetzt die Messer erstmal zehnmal jeweils hier durch. Hier haben wir zwei Körnungen, hier eine. Vielleicht machen wir hier erstmal nur die grobe, falls es nicht reichen sollte. Nachher einmal die grobe und die feine. Wobei ich sagen muss, dann wird es auch schon sehr umständlich, weil man muss sie wieder rausnehmen. Die neuen da reinmachen, wieder alles zusammenbauen, wieder schleifen. Das wäre schon sehr aufwendig, wenn man das machen muss. Wir nehmen jetzt erstmal die grobe, weil die Messer ja auch ziemlich stumpf sind, damit wir ein bisschen Materialabrieb haben. Hier haben wir nur eine Einstellung. Jetzt ziehen wir es zehnmal für die eine Seite, zehnmal für die andere. Hier zehnmal gleichzeitig für beide Seiten durch. Das Messer, was wir mit dem, ich nenne es jetzt einfach mal X-Schleifer hier geschliffen haben, mit dem günstigeren Gerät. Ja, das hat nicht besser abgeschnitten als die Geräte vorher beim Schaumstoff. Bei der Zitrone könnte das natürlich jetzt auch wieder relativ gut aussehen, weil vorher waren die Messer bei der Zitrone ja auch tatsächlich schon sehr scharf. Und ja, also wenn man hier durchschneidet, das fühlt sich genauso an wie gerade eben auch. Das heißt, für den normalen Einsatz in der Küche ist das ausreichend, aber trotzdem noch kein wirklich gutes Ergebnis, muss ich sagen. Und das sieht mit dem teureren Gerät hier von Zwilling, mit den Schleifsteinen zum Einsetzen, anders aus. Nur zehnmal durchziehen, hat nicht viel gebracht. Zwar schon ein Ticken schärfer als hier und da habe ich gedacht, oh, das ist vielversprechend. Und dann haben wir es noch ein paar Mal mehr gemacht mit den groben Schleifsteinen, danach dann nochmal ein bisschen mit den Feinschleifsteinen. Und dann muss ich sagen, mit dem Schaumstoff sieht das wirklich gut aus. Das ist noch nicht diese Rasiermesser scharfe Schärfe, die das Produkt am Anfang hatte. Aber das ist wirklich eine Schärfe, wo ich sagen muss, das haben die anderen Geräte bei weitem noch nicht gezeigt. Und das wird sich wahrscheinlich bei der Zitrone ja genauso zeigen. Also das ist wirklich jetzt gerade fast, als würde ich durch Butter schneiden. Ich merke noch so einen klitzekleinen Hauch an Widerstand, aber wirklich nicht der Rede wert. Hier würde keiner mehr sagen, dass dieses Messer auch nur ansatzweise stumpf ist. Bisher in unserem Test das mit Abstand beste Ergebnis. Im nächsten Test haben wir jetzt nicht günstig gegen teuer wie bisher, sondern wir haben hier einen elektrischen Messerschleifer. Und die sind leider immer mit einem gewissen Preispunkt belegt. Deswegen werden wir jetzt das noch stumpfere Messer einmal wieder komplett stumpf machen. In der Hoffnung, dass der ähnlich scharf schärft, wie jetzt gerade der von Zwilling, den wir hatten. Ist alles nicht gesponsert. Von keinem hier kriege ich Geld. Ich darf die Markennamen ruhig sagen. Ihr könnt am Ende das kaufen, was euch am meisten überzeugt hat. Beziehungsweise mein Fazit irgendwie einordnen und dann kaufen, was ich vielleicht empfehlen kann. Wie gesagt, alles ungesponsert. Jetzt haben wir hier Wüsthof. Deswegen kam ich gerade auf Wüsthof. Und zwar einen elektrischen Messerschleifer. Und wenn der das Messer ähnlich scharf macht wie das, machen wir beide nochmal stumpf. Dann haben wir wieder ähnliche Ausgangslagen. Und dafür machen wir dieses Messer jetzt einmal stumpf und schauen, wie scharf der schärft. Das machen wir direkt hier hinterher, damit das keiner ansehen muss. Was wir hier machen. Das ist wieder stumpf. Oh Mann, noch nie sogar darüber gefreut, dass ein Messer stumpf ist. Beim elektrischen Messerschleifer haben wir jetzt wieder nicht unterschiedliche Schleifwinkel, die wir einstellen können. Dafür haben wir aber noch mehr Möglichkeiten in der Körnung unserer Schleifbänder, die wir hier haben. Da können wir von sehr, sehr fein bis hin zu sehr grob einstellen. Wir haben jetzt hier wieder eine relativ grobe Körnung, damit wir auch ein bisschen Materialabrieb haben. Und dann können wir jetzt hier noch die Geschwindigkeit einstellen, wie schnell sich dieses Band drehen soll. Die erste Stufe, um das Messer einfach ein bisschen wieder aufzufrischen. Die zweite Stufe, um es zu schleifen. Und die dritte Stufe, um ein Messer, was vielleicht schon ein paar Klingenausbrüche hat, wieder zu einer Klinge zu machen. Ihr merkt, das unterscheidet sich hier nur in der Geschwindigkeit. Und letztendlich ist es also egal, welche Geschwindigkeit wir nutzen. Langsam dauert langsamer, schneller geht schneller. Wir müssen nur rechtzeitig das Messer dort wieder rausziehen. Deswegen werde ich die mittlere Stufe jetzt einfach mal nutzen. Das Messer von beiden Seiten nach Gefühl mal da dran halten, schauen, wie scharf es ist. Und dann schauen, wie lange braucht es, um es wirklich wieder final scharf zu kriegen. Und wird es überhaupt wieder final scharf? Das Ergebnis nach einigem Rumprobieren ist ein bisschen ernüchternd, weil ich mir sehr viel davon versprochen habe. Es ist tatsächlich besser als die ersten drei Geräte, die wir getestet haben. Aber ein Ticken schlechter als das Teil von Zwilling. Wobei ich sagen muss, wahrscheinlich kann der mehr. Es erfordert aber tatsächlich viel Übung und viel Fingerspitzengefühl. Das Messer im richtigen Winkel mit dem richtigen Druck perfekt an allen Stellen gleichmäßig an diesem Band vorbeizuziehen. Das ist zum Messerschleifen zu Hause, finde ich, fast zu umständlich. Da würde ich mir lieber angewöhnen, mit normalem Nassschleifstein ein Messer zu schleifen. Weil das ist das Nonplusultra. Wenn man das kann, braucht man all das hier nicht mehr. Aber es geht ja gerade darum, zu Hause sein Messer leicht und einfach schleifen zu können. Deswegen zeige ich euch auch das mit einem Nassschleifstein nicht. Weil erstens kann ich es selber nicht. Und zweitens, wenn man das kann, braucht man sich sowieso keine Gedanken darum machen und dieses Video erst recht nicht ansehen. Und das hier geht in eine ähnliche Richtung. Deswegen, ja, es geht auch als Laie. Aber es ist schon sehr umständlich. Wir nehmen uns mal wieder so eine kleine Zitrone zur Hand und schauen mal, was das Messer damit macht. Ich würde mal, ja, butterweich. Ja, doch. Vom Schnittbild der Zitrone würde ich sagen, ist es mit dem Zwilling eins auf. Also genauso. Und wahrscheinlich mit ein bisschen mehr Übung und so weiter, kriegt man es noch besser hin. Wenn ihr also Bock habt, das zu üben und ein paar hundert Euro dafür ausgeben wollt, holt euch so ein elektrisches Gerät. Das wird auf jeden Fall gut werden vom Ergebnis. Ist aber teuer und aufwendig. Und da ist die Frage, will man das oder arbeitet man dann mit einem Schleifstein? Das muss jeder für sich selbst wissen. Kommen wir nun zum Kampf der Giganten. Warum sage ich das? Weil der Haul mal verglichen wurde mit diesem hier in einem sehr, sehr oft gesehenen Video. Und dabei war der Haul wohl nicht ganz so gut. Und er hat nicht ganz so gut abgeschnitten bei dieser Bewertung. Man muss dazu sagen, das war der Haul 1.0. Das hier ist mittlerweile die 2.0 Variante. Da sind einige der Kritikpunkte aus dem Video auf jeden Fall behoben worden. Und das Schleifergebnis mit dem Haul, das werden wir heute mal bewerten in Verbindung hier mit dem DMT. Den Haul habe ich das ein oder andere Mal schon verwendet. Ich kann sagen, mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, wobei ich auch sagen muss, mit dem Schaustoff habe ich es noch nie getestet. Und genauso werden wir auch hier dieses Teil hier testen und schauen, welches Ergebnis ist besser. Wird es noch besser als jetzt eben unser Sieger von Zwilling beziehungsweise von Wüsthof der elektrische? Oder vielleicht doch deutlich schlechter? Wir werden es sehen. So ein wirklich klarer Sieger steht jetzt für mich nicht hundertprozentig fest. Ich muss sagen, der Haul ist absolut ungefährlich und auch sehr einfach in der Anwendung. Funktioniert tadellos. Man braucht allerdings trotzdem eine gewisse Zeit und man braucht vielleicht auch eine gewisse Übung, um eine finale Schärfe zu erreichen. Ich habe jetzt hier mit dem Schaumstoff ein bisschen besser als die ersten Produkte war es auf jeden Fall. Man könnte jetzt noch ein bisschen mehr Zeit reinstecken, dann würde es auch nochmal besser werden. Das wäre bei den anderen Produkten wahrscheinlich aber auch der Fall. Es war jetzt aber auch nicht so gut wie das Gerät von Zwilling oder Wüsthof. Und hier haben wir jetzt auch etliche Male durchgezogen und es wurde immer besser und besser. Und das ist auf jeden Fall auch das, ich sage jetzt mal leichtere Gerät, aber vom Sound her auf jeden Fall das ekligste. Moment. Kommt das auf der Kamera auch so eklig rüber? Auf jeden Fall quietscht es extremst unangenehm in den Ohren. Ist vom Schnittbild aber ungefähr genauso. Ich will da jetzt keinen Sieger festmachen. Ob der Haul besser ist oder das Produkt besser ist, kann ich wirklich nicht sagen. Wir nehmen nochmal unsere Zitrone hier zur Hand, dann seht ihr das auch nochmal mit einem Lebensmittel, weil das ist ja das, wo wir nachher auch wirklich mit arbeiten. Uh, das geht wie durch Butter. Hauchdünn. Guck mal das hier. Kann man bestimmt zeigen. Also wirklich hauchdünn. Da muss ich sagen, verhält es sich jetzt sogar noch ein bisschen smoother, als die anderen das getan haben. Auch wenn das beim Schaumstoff hier aber auch. Oh ja. Genauso. Also wie gesagt, möchte ich keinen Sieger ausmachen. Beides gute Ergebnisse. Wobei das Ergebnis von dem Schleifgerät von Zwilling vielleicht ein Hauch besser war. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Test und zwar der vom Messerschleif-Service. Und da habe ich euch ja eben schon erzählt, wo wir das Ganze machen lassen. In Solingen, genauer gesagt in Wipperkotten, in der letzten wasserkraftbetriebenen Messermanufaktur beziehungsweise Messerschleiferei. Es ist eigentlich mittlerweile nur noch ein Museum, aber genau dieses Museum können wir unterstützen. Dadurch, dass wir mit denen zusammenarbeiten, die für uns die Messer, beziehungsweise für euch die Messer schleifen. Ich verlinke euch dazu einfach den Link unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr das buchen. Schickt eure Messer dorthin. Sie werden professionell geschliffen. Das bedeutet, es wird sich genau die Warte, also die Dicke des Messers angeschaut. Der Schleifwinkel, der perfekt dazu passt. Dann wird dieser Schleifwinkel per Hand an euer Messer angeschliffen. Dann wird sich das nochmal genau angeschaut, ob alles passt. Dann wird das Ganze getestet und ihr bekommt euer Messer zurück mit einer Schärfe, die es wahrscheinlich von Anfang an nie hatte. Ich habe ein solches Messer natürlich hier. Das wurde dort persönlich geschliffen. Wir haben euch das jetzt eingeblendet. Ihr habt es bereits gesehen und da zeige ich euch das Ganze jetzt einfach nochmal mit dem Schaumstoff. Dann werdet ihr sehen, wie scharf das Ganze ist. Ich glaube, besser geht es nicht. Natürlich ist es wichtig, richtig und auch löblich, deutsche Handwerkskunst zu unterstützen. Allerdings wird das natürlich auf Dauer auch die teuerste Methode sein. Denn wenn ich jedes Mal ein paar Euro zahle für den Schliff, dann habe ich so eine Investition, wenn ich es hiermit auch hinbekomme, irgendwann raus. Bei solchen Produkten schneller, bei solchen Produkten hier weniger schnell. Trotzdem muss man sagen, das Ergebnis mit all diesen Produkten hier ist bei weitem nicht so gut geworden. Das liegt allerdings auch daran, dass ich da drin kein Profi bin. Ihr könnt euch mit einem Haul in bestimmten Facebook-Gruppen einfach mal umschauen, was die Leute mit so einem Produkt machen. Die kaufen sich teilweise Messer, die 250 Euro 1000 Euro kosten. Und bevor sie diese Messer überhaupt nutzen, schleifen die die erst mal mit dem Haul richtig scharf. Kein Scherz. So verrückt sind viele Leute. Und deswegen muss man sagen, der Haul kann viel mehr, als ich hier im Video gezeigt habe. Und auch die anderen Produkte werden viel mehr können. Hier bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber hier bin ich mir ganz sicher. Hier bin ich mir sicher. Hier bin ich mir sicher. Und ihr müsst am Ende entscheiden, was euch genügt. Was für euch das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis ist. Ich möchte deswegen hier gar keinen Sieger küren. Ich hoffe sehr, euch hat dieses Video gefallen und weitergeholfen. Dann lasst doch gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Schreibt mir all eure Ideen, Wünsche, Feedback, konstruktive Kritik unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. Ich glaube, ich nehme noch mal eine Zizi... Ich glaube, ich nehme noch mal eine Zizi...